Musik Der Landkreis Garmisch-Partenkirchen zählt mit seinen mehr als 1000 Quadratkilometern zu den großen Landkreisen in Bayern und auch zu den facettenreichsten. Seit jeher sind der Landkreis und seine rund 85.000 Einwohner von der Landwirtschaft geprägt, die hier seit Generationen wirtschaftet und so die Kulturlandschaft maßgeblich gestaltet hat. Das Besondere am Landkreis Garmisch-Partenkirchen ist, dass wir der Landkreis sind von ganz Bayern mit dem meisten Berggebiet. Das muss man einfach sagen, das ist schon mal das Markanteste und damit sind natürlich gleich ein paar Kriterien verbunden. Das eine ist, dass damit viele Vertragsnaturschutzflächen zusammenhängen, wie die Buckelwiesen, aber eben auch die Verwertung über die Rinder, das ganze Futter, das ist eigentlich alles bestes Rinderfutter und das passt auch dann gut zusammen mit den Almbetrieben. Also von daher sieht man schon, dass wir ein sehr Rinder- oder Wiederkäuer und auch Schaf- und Ziegen geprägter Landkreis sind. Das sind eigentlich so das Markanteste aus der Landwirtschaft und in vielen Betrieben und Bereichen gehört eben die Forstwirtschaft noch mit dazu. Fast 1000 landwirtschaftliche Betriebe gibt es im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Die Bäuerinnen und Bauern bewirtschaften dabei im Durchschnitt eine Fläche von 18 Hektar. Nur rund 20 Prozent der Betriebe werden im Haupterwerb geführt, die restlichen Bauern gehen neben der Landwirtschaft noch einer anderen Arbeit nach. Der Landkreis Garmisch-Partenkirchen hat einen Dauer-Grünland-Anteil von ca. 99 Prozent und liegt direkt im Grünlandgürtel entlang der Alpenkette im Süden. Der Ackerbau hat eine sehr untergeordnete Bedeutung. Die begrenzt zur Verfügung stehenden landwirtschaftlichen Nutzflächen in den Tallagen werden teilweise gemeinschaftlich von den Landwirten genutzt. Man sagt dazu, wie hier in Grün, Heimweide mit täglichem Ein- und Austrieb der Rinder. Acht Betriebe treiben ihre 40 Kühe auf die 120 Hektar große Weidefläche in den Sommermonaten aus. Der Erhalt dieser Heimweiden ist für die Betriebe sehr aufwendig und mit viel Arbeit verbunden, da die Flächen regelmäßig geschwendet, das heißt von aufkommenden Strauch- und Baumbewuchs, befreit werden müssen. Die Beherbergung von Gästen hat in unserer Heimat eine lange Tradition. Durch die begrenzt zur Verfügung stehenden landwirtschaftlichen Nutzflächen und den schwierigen Bewirtschaftungsverhältnissen sind die Betriebe auf Zusatzeinkommen angewiesen. Urlaub auf dem Bauernhof. Der Urlaubsgast kann in wunderschön gelegenen Zimmern und Apartments auf den Höfen wohnen und Bezug zur Landwirtschaft bekommen. Vor allem traumhaft schön blühende Wiesen in einer einzigartigen Bergszenerie locken viele Urlauber und Besucher ins Isartal. Doch diese von der Landwirtschaft geschaffene Kulturlandschaft ist keine Selbstverständlichkeit, sondern von vielen Generationen in mühevoller und schwerster Arbeit geschaffen. Die von der letzten Eiszeit geschaffenen Buckelwiesen sind weltweit einzigartig. Eine typische Bewirtschaftungsform der Berglandwirtschaft ist zudem die Haltung von Schafen und Ziegen, die den Sommer über auf den Almen gehalten werden. Fast 6000 Schafe und über 900 Ziegen werden im Landkreis gezählt. Die Schaukäserei Ammergauer Alpen-EG in Ettal ist ein Zentrum der Regionalvermarktung und traditionellen Käseproduktion. Täglich werden im Schnitt rund 3500 Liter Milch für die Schaukäserei benötigt, die zu 100 Prozent von den umliegenden Betrieben aus dem Ammertal und der Region erzeugt wird. Nach dem ersten Schritt, in dem die Milch gefiltert und pasteurisiert wird, kommt es zur Milchsäuerung. In dem Starterkulturen wie Milchsäurebakterien zugesetzt werden und anschließend mit Hilfe von natürlichem Lab zur Gerinnung gebracht wird, der sogenannten Dicklegung. Alle Käsesorten werden nach dem Formen in einer Salzlake gewadet, damit der Geschmack verbessert, der Käse länger haltbar und die Rindenbildung gefördert wird. Zuletzt muss der Käse reifen. Bei einer Tage-, Wochen- oder monatelangen Reifung entwickeln sich die sortentypischen Aromen. Neben den Besonderheiten der Landschaft und der Landwirtschaft finden sich im Landkreis auch viele kulturelle Schätze und Sehenswürdigkeiten mit langer Tradition. In Oberammergau, weltbekannt durch die Passionsfestspiele, finden wir viele berühmte, ansprechende Lüftelmalereien an den Häusern. Bei der Lüftelmalerei handelt es sich um eine Fassadenmalerei in Freskenform, die im 18. Jahrhundert aus Italien stammend über die damaligen Handelsrouten ins Werdenfelser Land kam. Ein Gelübde von Kaiser Ludwig des Bayern führte 1330 zur Gründung des Benediktinerklosters Ettal, ein weltberühmtes Wahrzeichen für das Ammertal mit seiner imposanten barocken Basilika. Das Alpengebiet im südlichen Landkreis Garmisch-Partenkirchen hat sehr unterschiedliche landwirtschaftliche Standorts und Klimabedingungen, die stark von der Höhenlage abhängen. Dies erstreckt sich vom Karwendel mit der Karwendelspitze bis zur Zugspitze, dem höchsten Punkt im Landkreis und in ganz Deutschland. 2012 gab es insgesamt 323 Milcherzeuger im Landkreis Garmisch-Partenkirchen, die mehr als 7000 Kühe halten. Durch moderne Laufställe haben die Rinder einen hohen Stallkomfort, der Landwirt kann die Rinderbestände sehr gut betreuen und effizient arbeiten. Die wirtschaftlich nicht genutzte, sogenannte Ödfläche, beläuft sich im Landkreis Garmisch-Partenkirchen auf rund 25 Prozent der Landkreisfläche. Oft finden wir beengte bauliche Verhältnisse in den Dörfern, die sich aus den natürlichen geografischen Bedingungen so entwickelt haben. Hier ist es schwierig, große Ställe zu bauen. Insofern hat die Anbindehaltung mit Sommerweide heute noch eine wichtige Bedeutung, gerade für kleinere Betriebe, die oft im Nebenerwerb geführt werden. Der Erhalt von kleineren Betrieben ist eine Herausforderung und ein wichtiges Ziel, tragen sie doch wesentlich zur landwirtschaftlichen Strukturvielfalt bei. Der tägliche Weideaustrieb in den Sommermonaten steht zudem für die bäuerliche Landwirtschaft im Landkreis. Mit Tradition, aber auch mit Hilfe moderner Technologien hat die Landwirtschaft über Jahrhunderte hinweg die einzigartige Kulturlandschaft in Oberbayern maßgeblich gestaltet. Am direktersten geht es halt immer auf die Bauernmärkte, die ja in vielen größeren Ortschaften und Märkten sind. Und da kann man halt Kontakt zum Erzeuger selber suchen. Ich denke, das ist der beste Weg für den Verbraucher, dass er sich mit seinem Produkt auseinandersetzt. Ansonsten unterstützen wir natürlich immer Regionalinitiativen und schauen halt immer, dass dann, wenn ein Produkt in unserer Region ist, dass man das besonders hervorhebt, dass man eben das zu der Zeit, wo es es bei uns gibt, auch wirklich in der Region kauft und nicht von außen zukauft. Das ist uns eigentlich ein ganz großes Anliegen. Und trotz all der Arbeit, die Tag ein Tag aus auf den Bauernhöfen zu erledigen ist, sind sich die Landwirte der Region einig. Es gibt keinen schöneren Beruf als den des Bauern oder der Bäuerin.